Ist das ein Hund? Nein, das ist ein Eichhörnchen. Das Eichhörnchen. Ist das ein Igel? Ja, das ist ein Igel. Der Igel. Was ist das? Das ist ein Regenschirm. Der Regenschirm. Mit was spielt der Junge? Der Junge spielt mit einem Drachen. Der Drachen. Das Laub. Was wächst im Wald? Im Wald wachsen Pilze. Die Pilze. Was ist das? Das ist ein Baum. Der Baum. Der Baum. Der Baum. Der Baum. Der Baum.